ja ich grüße euch der scoop immer wieder am start nein ich mache keine noch ja wetter sieht jetzt nicht so toll aus auf jeden fall fahre ich jetzt nach stendal erstmal zur sprinterstelle da treffe ich erstmal alle und dann fahren wir noch eine kleine runde durch stendal durch und dann hoffe ich ohne probleme zum trecker oder bei ultimer und trecker treffen ja ich hoffe es sind viele 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 sind sondern star bei der sprinter stelle ich habe ein schlüsselband wieder dran letztens war ich ja in ständer ja ich wollte eigentlich tanken hat mir auch freuen um als ich hier losgefahren bin aus osterburg sich idiot hat den schlüssel vergessen ergo ich konnte nicht tanken und ich musste wirklich rechnen ob der sprit bereich bis nach hause wer war das denn wer winkt mir denn dazu zu hat er jetzt den schaffner immerhin oder hat er mich immerhin auch gar nicht an die macht ich rastet nicht liegt das vielleicht an der gelbatterie könnte an der gelbatterie liegen ich habe nur ausgebaut die normale säurebatterie nur ausgebaut da hat alles noch funktioniert als ich es ausgebaut hatte habe ich mir dann erst später eine gelbatterie holt habe ich mir dann eingebaut da funktionierte gar nichts mehr das muss mir noch mal erklären wie sowas geht da ist ja nichts passiert ich habe da nirgends dran rumgeschraubt da steht schon eine simson nein das kann nicht von uns sein nicht mit dieser box hinten drauf ich glaube nicht dass er zu uns hier wird hallo die sieben die e schweiber heute im test ja die lässt sich gut rollen gut denn verabschiede ich mich erst mal 20 minuten später glückchen ja klar gar nicht genau So, Rakete! Alle Katzen machen. Was macht mein Stahl hier? Wie geht's jetzt? Wie geht's jetzt? Wuhuuu! 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 Zu neun sind wir! Warum nicht? Wuhuuu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020